Ja, Hallöchen liebe Freunde und es geht, äh, ja, weiter. So. Ja. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Ja, ne, ist klar. Ähm, ja, die Mission kenne ich nämlich schon. Die wird spaßig. Ah, wo ist denn die MG-Stellung? Na gut, schießen wir erstmal den hier an. Ach, mit Zeit, ey. Nee. Halt den Ball da, du. Ja, Biene. Ah, da ist es. Boah, doppelt. So, jetzt müssen wir erstmal da reinstehen. Oh, das war nix. Na, immerhin haben wir ein bisschen Verstärkung. Das macht es ein bisschen angenehmer, hoffe ich. So, wo müssen wir hin? Ja, ja. Also, wo müssen wir hin? Hier hinten, ne? Ach, schade, dass wir hier nicht rennen können. Ja? Ach, du Kacke. Ach, geht doch. Wo muss ich lang? Ich weiß es nicht. Nein, da passt ihn. Der Feind ist durch das Nordwest, wo ein Marschiert und drückt durch das Kacke. Kann hier sein. Bullshit. Oh, Kacke. Oh, Kacke. In Bubble. Oh, hier kann man nicht lang? Gut. Oh, fuck. Ist das ein Medipack für mich? Nö, ne? Habe ich mir schon gedacht, sowas. Oh, Kacke. Ich muss Gas geben, ey. Scheiß Zeit. So, du bist jetzt tot. Sehr schön. Ja, wo müssen wir langen? Wo müssen wir langen? Super, Bewegung! Ja, ja. Boah, schön. Schön zusammengefaltet. Boah. Wir sind schon fast da. Oh, ne, ey. Halt, du Willi, ey. Ein bisschen unter Zeitdruck, das fällt man gar nicht. Vor allem mit einem Sniper hier rein, das ist sowieso. Ach, da oben ist auch noch einer. Alter, hier treffe ich dich nicht. Ja, wird doch mal. Jo, wenn wir schon mal. Ah, wir sind da. Was machst du denn da mit dem? Hör auf zu kuscheln. Die. Sauber, Meter. Ingram? Wo denn? Boah, da kommt schon wieder eine Menge Deutsche. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Ich habe schon alles vorbei. Du brauchst auch nicht mehr rumquasseln. Sauber. Voll auf die Ömel. Oh, jetzt müssen wir mal schnell wieder weg. Oh, erstmal nachladen. Wäre, glaube ich, besser. Sauber. Oh, da sind schon wieder welche, ey. Kopfschuss. Oh, Feuer frei, hierher. Was ist klar, was du da? Oh, ey, Hälfte erst geschafft. Wo schießt du denn hin? Oh, nö, ey. Komm raus. Oh, kacke. Einen scheiß Offizier noch töten? Ja, hier muss ich denn hier rein. Muss ich denn hin? Ah. Ja gut. Hier kommen wahrscheinlich welche raus. Jep. So. Ist bestimmt noch einer drin, ne? Oh, nee. Jawohl. Schmeiß Granate hin. Was du heute machen kannst. Wo ist er denn? Oh, er lebt noch. Oh, keine Muni mehr. Scheiße. Ich brauche eine... Ach, sauber. So, jetzt sind wir nur noch zu viert, ne? Na gut. Sollte machbar sein. Wo ist denn noch einer drin, ne? Oh. Oh, gut. Sollte ein Offizier. Jetzt müssen wir mal ganz schnell flüchten. Tolle Leistung, Captain. Das haben Sie und Ihre Jungs gut gemacht. Dankeschön. Ich möchte hier rein. Na gut. Dann... Mach ich mal wieder ein Break.